Moin moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge und vielleicht einer der letzten Folgen von der Sowjetunion, denn in der letzten Folge habe ich ja den schlimmsten Fehler gemacht, nach dem Italien-Let's Play. Gut, sind schon irgendwo gelandet. Ach du Scheiße, nein! Was? Was? Oh nein! Oh! Aber, ja, wir haben ungefähr Krieg gegen jeden. Wir haben Krieg gegen Polen, Rumänien, Japan und, gut, Korea ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben Krieg gegen Deutschland, Britisch-Indien und Österreich, Ungarn und Afghanistan und alle chinesischen Staaten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn wir haben zumindest Britannien auf unserer Seite und ich hoffe, dass die Franzosen irgendwann helfen. Aber, ja gut, das einzige Krieg hier, was die Franzosen haben, ist gegen unsere Marionette, sehr gut. Ähm, ja. Es entwickelt sich nicht gerade zu unserem Vorteil, sag ich mal so. Ähm, wir müssen irgendwie unsere Armee jedenfalls stärken. Hier können wir was machen, dass wir mehr rekrutierbare Bevölkerung kriegen. Das machen wir jetzt auch erstmal, würde ich sagen. Äh, unsere Verbündnispartner machen hier gerade Rumänien ein bisschen kaputt. Finde ich sehr gut. Und ansonsten müssen wir halt eigentlich nur abwarten. Und hoffen, dass wir nicht zu sehr kaputt gemacht werden hier. So, hier haben wir nämlich ganz schlimmen Nachschubbedarf, der nicht abgedeckt wird. Und wir bauen jetzt gleich sehr viele Waffen, denn wir haben sehr viele Waffenprobleme. Wir spielen das Ganze auch auf Elite, soll jetzt keine Ausrede sein hier. Aber der Nachschubbedarf wird dadurch natürlich jetzt wieder beschwächt. Und das ist jetzt gerade in der Situation nicht toll. Versuchen wir jetzt mal gleich einen Angriff hier, sobald die hier weg sind. Und noch ein paar Panzer dazu, aber man sieht schon, das geht nichts. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich hab das hier noch nie lesen gelernt. Wirklich nicht. Es läuft gar nicht. Aber ich hab grad gelesen, dass Rumänien kapituliert hat, Leute. So. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Rennen da jetzt durch. So. Rücken da ein bisschen vor. Aber nur so weit, dass wir auf jeden Fall nicht an der deutschen Front sind. Wobei das vielleicht sogar schlau wäre. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich kann nämlich null einschätzen, wie stark die sind. Okay, wir haben den Schwerpunkt fertig. Jetzt machen wir kollektivistisches Heldentum. Äh, kollektivistische Propaganda. Genau, das machen wir. 70 Tage dauert das Ganze. Gehen jetzt auf umfangreich. Weil es gerade ganz knapp wird. Rücken da! Rücken da! Rücken da! So. Haben wir noch Luftwaffenprobleme? Ne, haben wir nüch. Noch nicht. Aber Japan und so, die hinten machen mir Sorgen. Wobei, oh, die Briten schlagen die zurück. Die spanische Kommune hat der Freiheits... Ah, okay, wir haben jetzt Spanien mit. Als Bündnispartner praktisch. Die haben ja ihr eigenes Bündnis. Aber unsere Bündnispartner werden hier gerade ganz schön kaputt gemacht. Ja, das ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. So. Gut. Die Deutschen greifen wir uns hier oben an. Die haben sehr viele Truppen dahin geschoben. Scheiße. Und hier sieht es ganz schlecht aus. Und Finnland ist immer richtig gefährlich. Weil dann kriegen wir das volle Breitseite ab, wenn die vor... Äh, wenn die es schaffen, vorzurücken. Aber gut. Erstmal müssen wir jetzt weiter in Polen vorrücken. Okay. Wo sind die ganzen Truppen? Ja, wahrscheinlich greifen wir jetzt noch Dänemark an, Litauen. Wie sind die denn drauf? Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Scheiße. Also wir haben hier oben auch gar nicht so schlechte... Äh, ne? Schlechte... Ihr wisst schon. Infrastruktur. Daran kann es nicht liegen. Wir schlagen uns so zurück. Das gibt's nicht. Baugeschwindigkeit. Ja. Ist ganz praktisch. Nur wir haben halt immer noch die Waffen nicht im Plus. Und sobald gleich Polen kapitulieren sollte, stehen wir auch vor der deutschen Front. Und das wird uns entweder nutzen oder eben nicht nutzen. Ich tippe auf zweiteres. Weil die uns ziemlich, äh... Ja, ich weiß nicht, ob sie uns zu überlegen sind. Aber insgesamt haben wir halt alle, haben alle Kriegsparteien ungefähr gleich starkes Militär. Und ja, gut, ich glaube, die haben ein bisschen stärkeres. Wir sehen ja die Zahl hier nicht. Na, wo ist sie? Ja. Die Zahl sehen wir ja nicht, weil die ja unter der Schrift versteckt ist. Das ist immer das Problem hier bei Hearts of Iron. Wenn man das auf Deutsch spielt. Können wir hier vielleicht einen Kessel ziehen? Das wäre was Feines. 81, 82. Oh, okay. Ja, jetzt sind wir eingekesselt. Okay. Sollten wir jetzt erst den Kessel irgendwie öffnen. Ja, ja. So, kriegen wir das hin. So, der Kessel ist wieder geöffnet, zum Glück. Was ist da denn, lol? Haben die ja angemacht. Dann würde ich sagen, voll ein Vormarsch. Wenn die da oben gerade alles erobert haben. Die Griechen. Die sind's. Oh, das ist richtig gut, dass die Griechen das jetzt gerade geschafft haben, da oben. Jetzt haben wir schon wieder eingekesselt hier. So, hier können wir vorrücken, angeblich. Ich mach's jetzt mal nicht. So. Okay. Ja, ich glaub, ein bisschen Land konnten wir wieder zurückerobern. Aber viel ist das nicht. Ja, in Polen läuft's aber. Gut. Kollektivistische. Okay, wir haben jetzt diese Boni. Und wir können hier, glaub ich, noch machen, dass wir, klar, hier Fabrikleistung ist ganz gut, aber Nachschubbedarf minus, äh, so und so, das ist ganz gut. Minus 15%, glaub ich, waren's. Das passt gerade sehr gut. Okay. Gut. Sagen wir mal weiter, wie sieht's im Osten aus? Okay, ja, nicht so schlimm. Das geht noch. Können wir den hier wenigstens ein bisschen zurückdrängen. 94. Ja, guck mal, das geht doch. Gut. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir können mal versuchen, auf jeden Fall, einen Kessel hier zu ziehen. Okay, das wird nix. Das geht mehr als schief. Können hier ein paar Divisionen wegnehmen. Hier und die nach da schicken. Okay. Oh, wir haben den Kampf gerade umgedreht hier, auf jeden Fall. Perfekt. Okay, das sieht gut aus hier. Da geht's ganz gut. So, ich glaub, die Deutschen brechen ein bisschen ein. Boah, Auge juckt. Sorry. So, wir haben den Hafen gleich vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben zumindest. Haben aber auch Handelsprobleme. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir der Deutschen Front näher kommen. Weil wir gerade in Österreich und Ungarn ein bisschen Stress machen. Ich würd die nur zu gerne da unten einkesseln. Das wär so schön. Ja gut, hier sind wir auch gleich in Deutschland einmarschiert, da oben. Oh, litauische unabhängige SSR möchte Schweden angreifen. Okay, das machen wir lieber mal nicht. So, wir können in Dänemark noch ein bisschen für Kommunismus sorgen. Das wäre sehr gut. Und... Ist das jetzt hier gut, was hier passiert oder nicht? Ich glaube, irgendwie so eine Mischung aus beiden. Okay. Wenigstens läuft es aber noch in Polen einigermaßen. Ja, könnten wir doch auch mal die Luftwaffe nach vorne schicken, oder? Okay. Ja, also ich glaube, die Briten machen das hier hinten schon einigermaßen. Also wir sind natürlich da ein bisschen zurückgeschlagen worden, aber... ...nicht sooo krass. So. Gut, können wir irgendwo... Ich will irgendwo einen Kessel mal ziehen. Ein Kessel... ...ist die Lösung. Tibet hat kapituliert, okay. Die gehören nicht zu uns, oder? Okay, es sieht so aus, als ob die zu uns gehören. Krass, Tibet gehörte zu uns. Das war eine Marionette von Manchuko. Okay. Hä? Meine Marionette hat eine Marionette? Wie geht das denn? Ja, sollen die mal machen. Sollen die mal machen. Okay. Hier läuft es aber gerade. Und wir sind den Deutschen jetzt. Wir sind an der deutschen Front. Okay. Ich sag ganz schön oft okay mittlerweile. Sonst war es immer irgendwas anderes. Haben wir die gleich eingekesselt? Leute. Ein Kessel. Boah, wäre das geil. Komm, 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 komm. Bitte. Ja. Okay. Okay. Ein Kessel. Ein riesen Kessel. Geil, geil, geil. Was habe ich getan? Och, nö. Nicht im Ernst. So. So. Gut. Ob wir gegen die Deutschen ankommen, ey. Boah. Keine Ahnung. So, die Luftwaffe müssen wir nach vorne holen. Das wäre mal ganz gut. Okay, das funktioniert. Sind die Deutschen hier eingebrochen? Weil die nicht die Frontlinie weitergemacht haben. Haben wir, genau. Neue taktische Bomber haben wir. Hier oben haben sie wieder einen Hafen. Die Deutschen haben das Chiffre entschlüsselt. Können wir nicht eigentlich jetzt mal irgendwie probieren? Aber wir müssen einen Agenten befreien, fällt mir auf. Äh, probieren hier Österreich-Ungarn. Komm, also, dass wir die ganz kommunistisch kriegen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging. Früher wusste ich's. Da habe ich das immer gerne benutzt. Aber heute mit dem Geheimdienst weiß ich gar nicht mehr genau, wie das Ganze funktioniert. Ähm, wir können mal Atomforschung machen. Das ist schon längst überfällig. Das kann doch nicht sein, was hier gerade wieder abgeht. Das juckt hier überhaupt nicht. Die rennen da einfach durch. Aber hier können wir schön viele Divisionen einkesseln. Aber anscheinend läuft's da nicht so. Dann lassen wir das mal kurz. Ja, das haben sie natürlich jetzt wieder genutzt hier. Dass wir hier eingebrochen sind. Na, das war klar. Aber naja. Müssen wir jetzt erstmal da stehen bleiben und mal ein bisschen versuchen zu verteidigen, ein bisschen nachzuproduzieren. So, Freiheitskämpfer Estland. Die haben verloren. Die haben kapituliert. Und hier bleiben noch ganz viele Deutsche eingekesselt zurück. Hier wäre es natürlich alle schön zerquetschen wollen. Und dann können wir diese Division endlich nutzen und woanders hinstellen. Hier können wir auf jeden Fall vorrücken. Das kann natürlich wieder eine Panzerdivision hin. Was auch sonst. So, jetzt greift gerne mal einfach an. Bitte, greift an. Hey, das gibt es nicht. Die umrunden einmal ganz schön unsere Marionette. Ne, wir machen das hier oben. Greifen die da oben an. Schon wieder Probleme mit Mahnl. Aber wir haben auch wenigstens neue Militärfabriken. Das freut uns. So, wir haben jetzt 13.000 nur noch Waffen im Minus. Weil wir anscheinend viele von Estland beschlagnahmt haben. Japan kommt hinten weiter voran. Das ist schlecht. Ich glaube, die hier sammeln sich jetzt erstmal. Okay, versuchen wir das mal zu erobern. Meine Fresse, dauert das lange. Wegen diesem Fluss halt. Okay. Gut, wir haben vier Forschungsteams. Das ist echt wenig. Gibt aber gerade Schlimmeres. Ähm. Wir machen aber anscheinend Plus mit den Waffen. Ne, warte mal. Minus. Ja, wir machen Minus mit den Waffen. Dann müssen wir halt weniger Panzer produzieren. So. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Divisionen. Ich mach jetzt umstationäre nach da unten. Die haben den jetzt befreit, den Agenten. Und jetzt können wir also Cup organisieren. Steht, der befindet sich nicht in einem, äh, österreichische Ungarn befindet sich nicht in einem Bürgerkrieg. Oder aktuelle Regierungspaar ist nicht, Partei ist nicht kommunistisch. Mehr als 20% Unterstützung für bla 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 und weniger als 70% Stabilität. Wir können es halt nicht machen. Ich weiß nicht warum. Wenn es wer weiß, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ähm. Ja, vielleicht brauchen wir auch irgendwas. Spielregel Cup steht auf der Option nur gegen KI. Ne. Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was es ist, aber wir können die auf jeden Fall weiter kommunistisch machen. Äh. Wird aber wahrscheinlich nichts bringen. So. Okay. Oh, da sind wir sogar vorgerückt. Perfekt. Ja. Können wir jetzt hier in Kessel ziehen? Nein, können wir nicht. Wir haben aber mitten im Sommer. Neun Grad, okay. Ist nicht gerade Sommer, ne? Okay. Ähm. Ja. Warum ist das hier schon wieder so, wie es ist? Ganz seltsam. Können wir den einkesselnden? 72. Nein, nicht da. Da. Bitte. Auch wenn es nur eine kleine einkesselung ist, wäre das trotzdem sehr gut. Und es funktioniert. Ja, guck mal. Muss halt auch mal klappen. So, ich glaube, ich bin ein bisschen kleiner als sonst hier in der Facecam. Kann das sein? Bisschen dumm eigentlich. Aber gut. Die Angriffe klappen hier nicht so, wie sie sollen. Ich würde aber sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einer positiven Bewertung. Nehmt ein Abo oder einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020